Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde RimWorld. Natürlich mit mir auch im Sunny. Keine Sorge, das Spiel geht ganz regulär gleich weiter. Ich wollte euch nur ganz kurz was zeigen. Und zwar habe ich hier mal, das ist jetzt meine Steam-Version, wie ihr seht, ich habe mir mal einen Mod runtergeladen, von dem ich letztens erwähnt hatte, Mod I. Den muss man ganz oben hinlegen. Und um vorzuführen, wie er funktioniert, habe ich hier mal einfach einen Mod mit reingelegt, den wir in unserem Vanilla-Game nicht haben. Und zwar, was die Aufgabe dieses Mods ist, ist im Endeffekt einfach zu sagen, der Spielstand, der wird ja abgespeichert mit einer gewissen Anzahl von Mods, die aktiv sind. Bei uns ist das jetzt Sunny erster Versuch, das ist unser gemeinsames Spiel. Und das lade ich jetzt mal und jetzt sagt er mir, hey, normalerweise wird es nur gestartet mit Core und jetzt sind Mod I, Core und Jacks Tobacco aktiv. Und da sagt mir Mod I selber, hey, die dürfen halt nicht so aktiv sein. Ich weiß nicht, ob er sich selbst mit drin lässt, das weiß ich nicht. Und jetzt kann ich ihm halt sagen, fix my Mod List. Und jetzt wird halt ein Neustart gemacht und dann sind halt die Mods, die halt sonst nicht dabei waren, in diesem Fall Tobacco, auf jeden Fall raus. Ich glaube, Mod I bleibt drin. Genau, Mod I bleibt drin, weil der das Spiel selber halt nicht beeinflusst. Und jetzt, wenn ich den jetzt halt starte, zack, alles tut die. Er nimmt nur die Sachen, die dazu gehören. Finde ich mega angenehm. Wer mit unterschiedlichen Mods spielen will, ist das eine unglaublich angenehme Sache. Die Mod Backlist ist auch eine sehr schöne Sache. Gefällt mir sehr gut, auf jeden Fall. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist noch mal viel weniger Arbeit. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist halt noch mal eine ganze Menge Wohltat. Gut, dann wollen wir mal weitermachen hier. Ich muss zugeben, wir hatten das letzte Mal eigentlich soweit alles vorab erledigt. Ich bin nur mit ein paar Sachen nicht so ganz glücklich im Nachhinein. Ich hatte hier das Dach weggenommen. Wie weit ist denn die Pflanze gewachsen? 22 Prozent. Ich bin ganz ehrlich am überlegen, hier drin keine Baumwolle wachsen zu lassen, sondern lieber was Nahrungstechnisches und dafür hier irgendwo Baumwolle mit anzubauen. Hier wurde gerade anscheinend sowieso Reis abgebaut. Oh, das ist aber ein bisschen viel für Baumwolle. Der Punkt ist, hier drinne will ich Nahrung haben. Wenn irgendwas passiert, was uns halt Nahrung vernichtet, dann ist es sinnvoll, wenn wir hier drinne Nahrung haben. Baumwolle ist relativ unwichtig. Im schlimmsten Fall bedeutet es, dass alle unsere Leute in zerrissenen Sachen rumrennen. Betten haben wir jetzt gebaut und wir haben auch genug Stoff vorrätig, um Dutzende von Betten zu bauen. Ach nee, hier in diesem Ding brauche ich ja gar keinen Stoff, um Betten zu bauen. Ich vergaß. Das war einer der Mods, den ich benutzen würde. Entschuldigung. Beziehungsweise in meinem privaten Spiel benutze ich ihn halt schon. Dementsprechend würde ich hier halt was anderes machen. Ich würde Kartoffeln nehmen. Kartoffeln sollten meines Wissens nach den gleichen Nährwert haben im Endeffekt im Wachstum wie Mais wachsen halt ein bisschen schneller. Das ist alles. Jetzt verlängert das natürlich ein bisschen die Situation, aber hey, damit können wir, denke ich, mal leben. So, dann gucke ich mal erstmal, ob ich hier einen Teil des Reises schon abbauen kann. Na, nicht wirklich. Ähm, und da werde ich hier jetzt einfach, dann, Sekunde, äh, den Teil hier. Ne, Moment, den Teil hier. Der hier ist, glaube ich, nicht schnell wachsend, ne, den werde ich zu Baumwolle machen. So. Jetzt wird der Teil hier. Zack und zack. Ähm, Reis scheint tatsächlich etwas weniger, ähm, Nährstoffe zu produzieren. Ja, im Verhältnis. Also jetzt, äh, zum Beispiel Mais und Kartoffeln. Also die sind sehr nah beieinander auf jeden Fall, die beiden. Wächst aber unglaublich schnell, ne. Also wir hatten das, glaube ich, schon mal angeguckt. Der ist in drei Tagen fertig, der Reis. Ähm, Kartoffeln haben wir jetzt noch nicht hier. Doch da. Die sind in 5,8 Tagen fertig. Mais braucht mit am längsten 11,3 Tage. Dafür, wenn er halt die 11,3 Tage fertig wächst, bringt er halt eine Unmenge an Material natürlich ein. Das ist natürlich super. Man muss aber halt auch ganz ehrlich sagen, das ist halt wirklich nur, wenn er fertig wird. Und ich habe halt festgestellt, es gibt echt viele Katastrophen, die dafür sorgen können, dass es nicht 11 Tage lang wachsen kann. Also man kann halt, ich glaube, wir hatten ja schon mal so eine Kältewelle, ne. Ähm, die kann halt dafür sorgen, dass das vernichtet wird. Es gibt Säure-Regen, äh, der kann alles vernichten. Es gibt eine Fäulnis. Und jedes Mal, wenn sowas halt passiert, dann habt ihr einfach nichts mehr. So ganz klar sagen. Wieso ist denn hier die Tür offen? Das ist doch, das ist doch eine angenehme Temperatur draußen. Da können wir doch hier überall die Türen drin zumachen. Also ich denke, wir können auch dazu übergehen, grundsätzlich die Sachen nur über die Türen zu machen. Wir müssen halt gucken. Also ich denke, das ist einer der Gründe, warum ich die Sachen alle nach hinten legen möchte, ist halt auch, weil ich glaube, dann sind die auch besser von der Wärme her geschützt und so. So, okay, gut. Richtig, hier, ach, wir haben immer noch die blöden, richtig, die blöden Waschbären. Deswegen sind wir immer noch drinnen, ne. Ja, 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 jetzt sagen ich mich. Ah, verdammt, das hatte ich völlig vergessen. Ähm, ja, also das sind mir einfach zu viele tatsächlich, um einen Kampf anzufangen mit denen. Das sind mir einfach ein bisschen zu viele. Und dementsprechend, ja, werde ich das tatsächlich innen abwarten, aber das ist ja ganz gut. Wir haben an sich genug zu tun, wir haben genug Nahrung. Ein bisschen Fleisch wäre gut, damit wir wieder leckere Mahlzeiten machen könnten. Ja, aber, also ehrlich, da kommen wir momentan einfach nicht ran. Da kommen wir im Moment nicht ran. Ich muss dann auch mal langsam hier oben das Ding fertig bauen. Kalksteinwand habe ich hier benutzt. Okay, wie viel Kalkstein haben wir denn noch? Sandsteinbrocken, Schiefer. Da müssten wir jetzt anfangen, eigentlich innen mehr Schiefer und sowas zu benutzen, damit wir für hier, für die Abwehr Kalkstein verwenden können. Weil der hatte ja bessere Werte, ne. Genau, die Schieferwand nur 455, die Kalksteinwand 540, genau. Und Sandstein war irgendwie 490 oder so. Na klar, ein einzelnes verrücktes Tier kommt jetzt noch mit dazu. Was soll's? Wir haben ja da draußen nur 8 oder sowas. Ne, fast 10, wa? Ja, verschiedene ist super, aber wie viele? Waschbär, 10. Genau, bam. Ja, also wirklich, ich mach jetzt mal auch schnell auf, weil wir können ja im Moment sowieso wenig machen. Überreden wir den hier schon? Ja, wir versuchen es zumindest. So. Junges Wildschwein hat sich vollständig erholt. Ich will mal die Arbeit hier durchgucken. Seefahrer, okay. Der macht Waldarbeit. Ehrlich gesagt, Waldarbeit und Forstarbeit sollte man zusammen machen, habe ich festgestellt. Und zwar ist nämlich so ein bisschen das Problem, also Forst wird es immer dann, wenn ich einen Befehl gebe. Wenn ich also zum Beispiel hier den Auftrag gebe, hey, ernte mal, ja, dann macht der das halt. So, da ist halt so wirklich das Problem, dass eigentlich sollte, also Feldarbeit ist halt die geplante Arbeit hier auf dem Feld. Zu der gehört halt auch eine Fähigkeit, ne? Also hier, Fähigkeit 11 von 20. Wenn ich das hier richtig verstehe, Forst wird, Forst wird ernten oder entfernen wilde Pflanzen, die markiert wurden. Bedeutet tatsächlich, auch wenn ich ernte, macht das nur jemand, der die Fähigkeit Forst wird, hat. Benutzt aber dafür die Fähigkeit des Landwirts. Jetzt, jetzt stuckt man für einen Moment. Ja, das bedeutet tatsächlich, der Typ hier, der hier bei uns der primäre Forstwirt ist, der kann das eigentlich überhaupt nicht. Selbst wenn der das macht, wird das furchtbar. Der kann nie was ernten, meines Verständnisses nach. Ja, weil das, worüber wir das machen, ist halt, ist halt ja, also wenn ich jetzt hier diesen Auftrag gebe, wie gesagt, ernten, dann machen das wohl nur die Forstwirte. Genauso Bäume fällen. Ja? Aber die Fähigkeit, die benutzt wird, ist die des Landwirts. Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich sehe gerade ein bisschen verzweifelt aus. Ist völlig abstrus für mich. Ähm, und macht halt auch dementsprechend gar keinen Sinn. Dementsprechend werde ich hier, äh, das genauso zuweisen, wie ich das hier halt hatte. Der Typ ist jetzt eigentlich nur noch für Bettruhe. Ähm, eigentlich sollte das auch eins sein. Ja doch, Schalter könnte halt wichtig sein. Wenn, dann würden sie ja nur den Schalter noch machen. Sonst habe ich ja nichts Höheres. Ähm, gut. Und, äh, hier, wer war das? Der, hier, da mache ich jetzt tatsächlich Transport nur auf eine 3, damit der erst mal putzt. Das Erste, was der machen wird, ist putzen. Und ich glaube, das wird hier drinnen helfen, weil hier ist überall dreckig. Und wenn ich jetzt halt die Leute mir angucke, Bedürfnis, ja, abscheuliche Umgebung. Ja, und das in dem Raum, der theoretisch am wertvollsten ist, ist halt furchtbare Situation. Das ist voll doof. So, dann werden wir auch mal den Raum, ja, habt ihr gesehen? So, der hat das jetzt ja voll durchgeputzt, ne? Und zack, fürchterliche Umgebung ist weg. Das heißt, wir können damit echt gut was bewirken. Hier ist überall durchgeputzt worden, das geht mega schnell. Und jetzt danach, da ja die anderen Sachen mit einer Dreifahrt sehen sind, macht sie jetzt halt die anderen Sachen. So, ähm, Tierpflege wird natürlich von ihr dann gemacht. Ähm, ach, ne, was Tiere? Ne, doch, Tierpflege, Kunst und Forscher. Naja, gut, forschen. Haben wir schon Forschungstisch? Ja, da oben. Im Moment spielt sie halt. Nolan, das war die Mutter von Snotface und ist jetzt mit dem Typen zusammen, der ein Jahr jünger ist mit Snotface. War das nicht so? Mit Bashkai, war das so? Ich glaube. Genau, genau. Der, der seine, der seine Stieftochter, ich glaube, ich habe das vorsehen, hatte ich mal, äh, Schwiegertochter hatte ich letztes Mal gesagt, ne? Ist natürlich falsch. Ähm, seine Stieftochter als Rivalin sieht, finde ich mega gut. So. Oh, hier, Tierar, Snotface, Nolan, genau. Ohne verachtet, plaudert, Frau, minus 24. Was? Frau? Ach, er kann Frau nicht leiden. Er war misogynie, irgendwie was, ne? Genau, misogynie. Hab ja, vorher noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mal ein bisschen weiter frech vom Mikro. Ich glaube, ich war gerade ein bisschen laut. Entschuldigung. Ja, also, fantastisch. Ist mega. So, da können wir mal die Betten umstellen. Da bekommen die Leute nämlich schönere und größere Räume. So. Da werden sie sich wohler fühlen drin, hoffe ich zumindest. Dann können wir auch schon mal anfangen, die nächsten noch einmal vorzubereiten, weil, ja, im Moment ist sowieso so wenig zu tun. So. Ja, hier draußen sind immer noch die... Also, hier sind jetzt mittlerweile welche eingeschlafen? Ne, ist immer noch wie ein Menschenjäger, aber ich glaube, die Menschenjäger rodeln. Es kann sein, die beruhigen sich auf die Standardartweise nicht. Der hier dürfte halt irgendwann mal einschlafen und... Ah, seht ihr? Da hat er sich gerade beruhigt. Ja. Also, gerade solange er noch gebrüllt hat, dürfte er noch im Menschenjäger-Modus gewesen sein. Den haben wir ja noch gehört. Aber jetzt eine Vorratskapsel. Joints. Boah, die könnten wir mal holen. Apropos, habe ich die Beschränkung hier schon richtig gemacht? Wieso hat der... Achso, der hat ein Rauschmittelinteresse. Ja, gut. Äh, Roger. Kacke. Ja, dann müssen wir echt aufpassen, dass wir jetzt sowas wie Luciferium entweder verbrennen oder so schnell wie möglich verkaufen. Wenn sowas auf der Map ist, müssen wir das gleich loswerden. Weil ich habe keinen Bock, dass die dann hier drauf gehen an sowas. Also, das ist dann echt unlustig. So, super. Hier haben wir noch... Den können wir mal hier hinstellen, dann kann da jeder mit trainieren ein bisschen seltene Trombos. Eine kleine Herde Trombos hat das Gebiet betreten. Diese seltenen Kreaturen sind von Natur aus friedlich. Allerdings können sie auch gefährlich werden, wenn sie angegriffen werden. Aber einige Händler sind bereit, gutes Geld für ihr Leder und ihr Horn zu zahlen. Trombos werden das Gebiet in ein paar Tagen verlassen. Das ist die kleine Herde Trombos. Das ist halt eine kleine Erde. Seht ihr es mit? Ein Tieren. Ähm, die sind echt krass, habe ich mitbekommen. Also, äh, die sind wohl wirklich, wirklich stark. Ja, also, wenn... Da muss man sich wohl schon richtig mit was antrauen, habe ich bisher noch nicht gemacht. Ähm, und im Gegensatz zur normalen Aussage, das heißt ja immer, Tiere können keine Türen öffnen. Ja, öffnen können sie sie nicht, aber sie können sie halt attackieren. Und ich hatte das halt mal in einem Spiel von mir. Da hatte ich halt echt ein großes Gebiet, noch größer als das, hier halt abgezäunt. Und aus irgendeinem Grund wollte der Trombo wohl unbedingt zu einem ganz bestimmten Punkt auf der Map. Und dann ist er halt da hingelaufen, waren halt ein paar Türen am Weg, hat er sie weggeräumt. Da habe ich die Türen dahinter zu, hinter ihm zugemacht. Und daraufhin dachte er sich, hey, gehe ich halt nicht wieder raus. Dann hatte ich halt die ganze Zeit diesen Trombo hier rumrennen. Der hat mir dann halt ab und zu mal so ein paar Bäume weggefressen und so, alles tut die. Und dann hatte ich einen Säureregen. Säureregen ist echt fies, der vergiftet die halt. Oder Giftregen oder so. Ja, und dann bin ich sehr einfach an Trombohorn mal rangekommen, um sich zugeben. War ganz lustig. Mal gucken, ob wir sowas auch mal erleben. Das wäre schön. So. Trag das da mal weg. Wir müssen sowieso gucken. Er tragt ja schon da fleißig oben hin anscheinend. Ja, ist ja gut. Ja. Okay. Ja, dann müsst ihr auch mal gucken, ob wir nicht irgendwann anfangen, noch ein paar andere Fertigungsräume zu bauen, weil mir gefällt das eigentlich nicht, das alles hier drin zu haben. Aber eigentlich haben wir ja dafür einen hervorragenden Gang. Man könnte ja... Ah, neuer Recruit. Cool. Schick. Dann machen wir das hier erstmal zu einem Raum für dich. Damit sollten wir alle untergebracht haben. Freie Betten haben wir nicht. Doch, da ist ein freies Bett. Ja, aber das stimmt nicht, weil das ist irgendjemand, der hier geschlafen hatte. Also tatsächlich freie Betten dürften wir nicht haben. Aber ich baue mal ein paar neue Betten. So. Damit wir wieder was für... Oh gut, der Neue hat jetzt das coole Bett und sie hat das olle Bett, aber hey. Also den kleinen Raum. Ähm, ich werde hier mal noch ein paar Lampen reinsetzen. Da habe ich auch eine schöne Mod gefunden für Lampen, die man an die Wand setzen kann. Sehr hübsch, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, da brauchen wir jetzt noch irgendwie etwas Strom hin. Okay, hier habe ich wirklich noch gar keinen Strom langgezogen. Wo war das hier? So, zack. Müsste reichen. So. Judi. Ja, also ich hoffe, es ist jetzt okay. Ich habe dir jetzt auch mal was aus meinem Privatspiel erzählt, weil ich fand das halt mega lustig, ne? Ähm, aber ich werde das hauptsächlich darauf beschränken, was wir hier machen. Ähm, ja, wie gesagt, also so eine Mods zum Beispiel wie jetzt die Mod I, das fand ich halt einfach mega sinnvoll. Falls halt Leute von euch auch solche Sachen nutzen, ähm, und derjenige, der mir das ja geschrieben hatte mit dem anderen, äh, mit der Mod Backlist, wie gesagt, ich habe mir die angeguckt. Funktioniert auch gut. Ist halt aber ein bisschen mehr Aufwand, ne? Also man muss halt sich selber drum kümmern. Und das ist halt bei der, bei dem Mod I halt gar nicht. Ich muss mich quasi um nichts kümmern. Das ist halt mega angenehm. Muss ich ganz klar sagen. Das ist, der guckt halt alles selber nach. Selbst wenn ich mich halt nicht gut mit auskenne, wenn ich, äh, nicht, keine Ahnung habe, was ich an sich da mache, sozusagen. Das Ding erledigt alles für mich. Ich muss sagen, das ist halt sehr komfortabel. Das ist halt sehr komfortabel. Sind sie weg? Der hier ist auf jeden Fall nicht mehr aggressiv. Wir können wohl die Beschränkung aufheben. Sehr schön. Oh, Killroy hat er auch noch immer unbegrenzt. Ja, gut. War ja neu, der Junge, ne? So, jetzt erstmal hier wieder Bettruhe, Schalter. Hier habe ich jemanden noch gar nicht zugewiesen. Tierpflege lasse ich mal so, wie es ist. Jäger soll er ruhig machen. Achso, er braucht noch... Killroy braucht noch eine Waffe. Haben wir noch was? Hier ist noch ein 44% nomades Sturmgewehr. Äh, Überlebensgewehr. Das ist sehr schön. Wie gut bist du denn? Ah, Fernkampf ganz nett. Stark neurotisch und zu klug. Ach du Schande, der bricht uns ja dauernd zusammen. Bei... Bei was? Bei 61%? Warum hat mich niemand aufgehalten, als ich den genommen habe? Oh Gott. Oh Gott, wird das furchtbar. Der Typ wird uns dauernd zusammenbrechen. Ja, vielleicht, wenn er irgendwo mal ausrastet, dann locke ich ihn vielleicht dann doch um. Also, wenn er mit zu sehr auf den Keks geht. Also, vielleicht hat dann unsere Gruppe das Problem, dass sie ihn leider aus der Gruppe wieder entfernen müssen. Das könnte natürlich leider passieren. Oh, den dürfte er erstmal jagen. Super. Äh, Forschung. Woran wird denn... Es wird an nichts geforscht? Forscht mal an automatischen Geschützen. Hallo? Das geht ja gar nicht. So, allerdings müssen wir uns dann auch langsam überlegen, irgendwo einen Forschungstisch hinzubauen. Wo wird hier jetzt gearbeitet? Achso, hier oben macht ihr gerade. Hier wird gerade geerntet. Oder... Was passiert da? Trägst du gerade was? Das sieht nicht so aus. Hm. Macht sie sauber? Ah, sie macht jetzt überall sauber. Naja, ist alles Heimatgebiet. Das ist ein bisschen nervig. Ähm, ich mach natürlich überall Heimatgebiet, wo Heimatgebiet prinzipiell ist. Weil ich will ja, dass dort Brände gelöscht werden, ne? Das ist ja logisch. Aber überall, wo halt Heimatgebiet ist, wird auch geputzt. Das wiederum ist ehrlich gesagt ein bisschen nervig. Weil... Ich will nicht... Eigentlich nicht, dass überall, wo... Jetzt halt, äh... Wo... Wo... Sag schon. Heimatgebiet ist auch tatsächlich geputzt, weil es macht keinen Sinn, hier hinten zu putzen. Was soll das, ne? Aber, ja, geht halt nicht anders, weil in dem Moment, wo sie halt, äh... Wo es halt Heimatgebiet ist, muss sie da halt putzen. Das ist nervig. Das ist alles Plaststahl. Schick. Hier ist noch mehr Plaststahl. Haben wir auch irgendwo vielleicht ein bisschen Silber oder so? Weil Silber haben wir nicht besonders viel, um zu handeln. Das wäre eigentlich ganz schick, wenn wir irgendwo... Da oben sind komprimierte Bauteile. Das ist gut. Stahl. Stahl haben wir auch in unserer Nähe. Hier dürfte wohl ein alter Tempel sein, falls wir die Meldung noch nicht bekommen haben. Ich hab mal in einem Spiel irgendwie aus Scherz das mal aufgemacht. Also, ist schon... Kann heftig sein. Kann auch nicht so schlimm wohl sein, aber kann wohl echt heftig sein, was da rauskommt. Also, bevor wir da nicht eine vernünftige... Ja, vernünftig ein bisschen was aufgebaut haben, würde ich das eher lassen. Da können wir dann mit... Sobald wir ein paar Geschütze haben, könnten wir dann damit das mal probieren. Dann... Weil der Punkt ist, Geschütze kann man wie halt auch diese Sachen umsetzen. Das ist halt mega gut. Weil dann sagt man einfach, hey, ich hab hier fünf Geschütze. Ich will jetzt aber hier oben das Ding öffnen. Dann baue ich die halt hier oben auf. Muss halt natürlich Strom legen auf dem Strecke. Aber dann baue ich die halt hier auf. Benutze die für den Kampf. Die, die es überleben, baue ich wieder runter. Ist sehr angenehm. Früher musste man die wohl abreißen dafür. Also von daher wirklich eine gute Sache. Ja, jetzt dauert es natürlich länger, das hier auszuhöhlen. Weil jetzt natürlich nicht mehr so viele Leute hier dran arbeiten. Innen sind 31 Grad. Gut, in dem Bereich hier sind jetzt 25 Grad. Hier sind auch ein bisschen mehr... Ja, ist halt auch ein großer Raum, den ich... Große Fläche hier im Endeffekt, die ich hier versuche zu kühlen. Stimmt schon. Oh, hier drinnen sind sieben Grad. Das ist nicht so gut. Den mal wieder einschalten. Weil dann verdirbt uns hier drinnen nämlich zu schnell das Fleisch. Das ist gar nicht so cool. Funktioniert es jetzt? Uh, die sind beide unterschiedlich eingestellt. Ich mache sie mal beide auf minus 5. Das bringt eigentlich nicht viel, die halt auf einen niedrigen Wert zu haben. Weil solange sie laufen, laufen sie immer mit den 200 Watt. Ja, egal auf welche Temperatur sie anscheinend wollen. Aber wenn es draußen kühler wird als drinnen, also als das, was sie erreichen sollen, dann arbeiten sie halt irgendwie nur noch mit 10 Prozent. Nur mit 20 Watt halt. Ja, gut. Muss man halt gucken. Also wenn es halt draußen dann tatsächlich irgendwie nur noch minus 5 Grad sind, dann schalten die sich halt ab. Jetzt kann man halt dann halt sagen, ja gut, dann reicht mir auch minus 3 Grad irgendwie. Dann schalten die sich halt schon bei minus 3 Grad ab. Das macht jetzt den Kohlfilm meiner Meinung nach nicht fett. So, hier wurde auch nochmal Reis abgebaut. Sehr gut. Unser Lager sieht eigentlich ganz gut aus. So, prima. Ja, dann haben wir ein bisschen was geschafft. Endlich sind die blöden Viecher weg. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Denn jetzt heißt es schon wieder eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao.